Hi, viele Leute fragen mich, wie wir auf die Idee zu Aurum gekommen sind. Die Geschichte ist leicht erzählt. Ich war früher Leistungssportler und kam früh mit dem High Intensity Krafttraining in Kontakt. Das High Intensity Krafttraining hat mir damals ermöglicht, die Kraft zuzulegen, die ich brauchte, um sportlich erfolgreich zu sein und auch später im stressigen Berufsalltag meine körperliche Fitness zu erhalten. Die Frage war, wieso, wenn niemand High Intensity Krafttraining am Breitensport macht? Einfache Antwort, die technischen Möglichkeiten waren bisher nicht gegeben, um sicher und effizient ein High Intensity Krafttraining für jeden zur Verfügung zu stellen. Wie wir 2017 auf die ARX-Trainingstechnologie aufmerksam geworden sind, war uns sofort klar, Diese Technologie wird es ermöglichen, dass jeder ein hochsicheres und effizientes High Intensity Krafttraining genießen kann. Jetzt, ein Jahr später, lernen wir, wie unsere Kunden berichten, wie High Intensity Krafttraining auf ARX-Trainingstechnologie ihr Leben bereichert hat. Ich spreche auf dem Thema spezifơn! Vielen Dank.